yo leute was geht ab ich musste jetzt einfach nochmal stones aufladen ich brauche noch zwei multis im janember banner dass ich halt den ich habe dann halt noch einen free multi und ich krieg halt noch dieses garantierte ticket dass ich halt ein banner charakter garantiert bekomme deswegen jetzt drauf geschissen ich habe noch mal 100 stones geholt ich habe noch kein janember ich habe noch kein cooler also ein von beiden wäre halt mega nice und halt gogeta dupe und so würde ich halt auf jeden fall auch nehmen aber haupt augenmerk liegt natürlich auf janember und cooler und da werden wir jetzt einfach mal anfangen ich hoffe es ist irgendwas cooles dabei weil ich kann was gutes gebrauchen ich habe die die leute die mein gogeta banner video gesehen haben ich habe ihn zwar bekommen aber nicht aus dem banner und ich habe 550 stones benutzen das war schon ein bisschen ja ich würde mal sagen lächerlich deswegen hoffe ich dass janember sich doch ein bisschen früher zeigen würde das wäre auf jeden fall sehr sehr nett so wir starten mit cell der dicke janember wäre auf der nächste neogod leader wenigstens schon mal cooler alles klar der nächste neogod leader jetzt bin ich global bei 4 neogod leader yes cooler ich kann schon mal nicht komplett mal sein aber ich bin auf jeden und eine große pizza dann bin ich glücklich ach der habe ich jetzt auch schon ein paar mal gezogen ist jetzt nicht unbedingt das was man haben möchte ich habe jetzt noch zwei multis und halten garantiert das ticket dann hoffen wir einfach mal dass jetzt im nächsten dann halt direkt so ja ihr wisst schon wie auch janember dran ist oh man ihr könnt natürlich gerne in die kommentare schreiben wie es bei euch gelaufen ist bei mir ich sage mal es ist noch im rahmen manche geben halt weiß ich nicht tausende von stones aus und oh wehe kein beigeiß manche geben halt tausende von stones aus und kriegen halt irgendwie gar keinen banner charakter und so ne it's over freezer und dann ich meine ich habe ich habe gogeta bekommen und zwar aus denn diesen aus diesem schwanz im mond aus diesem garantierten ticket aber ich habe ihn deswegen aber ich war ich war schon so mehr dass ich dachte ja scheiße über 500 stones ausgegeben habe ich nicht bekommen und dann habe ich so los den ticket da war schon war schon heftig ja da war schon heftig mal gucken was ich hier bin es ist er dabei hat dieses a-glöck von diesen gohaner das ist so hässlich es ist so hässlich freezer was ist da los oder nur ein ssa oder what ein gogeta juck den nehme ich oder der fahrt unten rechts ist offen ah ist okay ist okay ich brauche trotzdem noch janember läuft schon besser als erwartet so letzter multi für heute noch mal ein bisschen reinlacken please okay komm 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 dann bin ich glücklich oh yeah oh es passiert drei alter drei multis drei ssr also auf jeden fall in jedem fall ssr drin es läuft besser als beim gogeta waren das schon mal das kann ich schon mal sagen oh lord schuhgäsch also wenn schuhgäsch am stissel ist dann kann das schon was werden denk ich mal mal ein paar andere mit der denn mail oh man machst du nicht so spannend gibt mir nur einfach fünf oder sechs das erste multis der letzte war ach als ob den will doch keiner okay der multi war finach der ist ja quasi tot okay wir gucken nur noch was im garantierten ticket dass alle alter wie oft wie oft ich heute alter sache ey ich muss mir das abgewöhnen ich muss mir das abgewöhnen ich sag jetzt nicht mehr ihr wisst schon so kommt bitte ein ticket bitte 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 wenn ich dann immer trotzdem irgendein gottlied neo gottlied please please so okay ich bin mal gespannt auf jeden fall habe ich ein cooler bekommen ist ein weiterer neo gottlieder ich kann nicht ganz mad sein also und ich habe super sechgenfigur goeta dupe bekommen das ist mein erster dupe also alles easy peasy so komm 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 janember ahahaha das ist mein dritter sell scheiße maaaannnnnnn also str war ja schon mal richtig Aber das war nicht richtig, das war nicht der richtige SDR. Naja, vielleicht heute Abend oder morgen kommen noch mal ein paar Stone, die ich über Yonko gekauft habe. Dann wird auf jeden Fall noch ein Video kommen, also ein Video wird höchstwahrscheinlich noch kommen. Wie gesagt, schreibt mir, was ihr gezogen habt, tweetet mich an, Twitter ist in der Videobeschreibung. Wie auch immer, ich bin raus, ich wünsche euch einen schönen Abend, peace!